Herzlich Willkommen zum singenden Adventskalender. Und zwar nicht als ein Unterhaltungsprogramm, sondern als eine Einladung an Sie mitzusingen. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Wie soll ich dich entzahmen? Singt gerne mit. Und wer es noch nicht kennt, am zweiten Mal. Bring mich doch wieder, bring mich doch wieder, bring mich doch wieder, ich bin bereit.